Musik Uns fehlen in der Pflege, im Krankenhaus und in der Altenpflege sehr, sehr viele Fachkräfte. Musik Im Nachtdienst eine Pflegefachkraft, vor neun bis zwölf alleine nachts für 84 Bewohner und dann eine nichtpflegefachkraft auch noch zusammen. Dann ab 24 Uhr bis 6 Uhr, das ist zu zweit fast nicht mehr menschenwürdig. Musik Musik Und dass eben die Pflege die Aufmerksamkeit erfährt, die sie dringend notwendig hat. Musik Wir sind eigentlich Runden wie gut für alle da. Wenn es uns nicht gut geht, muss es aber den Bewohnern gut gehen. Und dann stellen wir uns eigentlich in den Hintergrund und unsere Gefühle sind wir den Bewohner oder seine Angehörigen zuständig. Musik Sofortprogramme müssen auch sofort entschieden werden, sonst wird das nichts mit dem Sofort. Musik